Servus meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer gemütlichen Runde Scam mit Voucher und mit unserem Böbble. Schön, dass ihr da seid. Ich bin soweit vorbereitet. Unsere nächste kleine Aktion steht an. Kleiner Urlaub, wenn man so will. Vielleicht ein bisschen abenteuerlicher wie Angeln gehen. Unsere Ziele. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt hier nicht nur Spot Spot Heim. Wir gehen jetzt einfach ganz gemütlich on Tour. Genießen wir auch ein bisschen, dass wir das Auto haben. Und zwar ist das auch ein guter Aufhänger. Wir waren ja damals hier nach einem Autoschau. Ihr erinnert euch, da war ich noch super verbissen. Da ging es nur ums Auto. Und da kamen natürlich an dem Spot auch Hinweise bezüglich der Bibliothek oder bezüglich des Bürogebäudes oben, dass ich da sehr viele Kochbücher eventuell finden könnte. Möchte ich mir heute anschauen. Das heißt, wir fahren jetzt gleich tanken. Dann fahren wir hoch, stellen das Auto ab und dann suchen wir Kochbücher. Danach, also nicht alles in einer Folge, das kommt jetzt die nächste Zeit auf euch zu. Danach würde ich dann rüberfahren, würde das Motorrad aufbauen. Mit dem Motorrad geht es dann zum Flugfeld. Flieger aufbauen. Die Hangars wird wahrscheinlich eine separate Runde, weil da rechne ich mit Horde. Und von dort aus könnten wir eventuell einen Abstecher machen an die Burgruine. Ja, dass wir da mal eine Folge im Schneegebiet verbringen zum Händler. Dann geht es runter Richtung Z3. Vielleicht fällt uns unterwegs noch was ein. Aber spätestens hier unten dann, wenn wir auf jeden Fall das Motorrad mal so ein bisschen ausreizen, zwischendrin immer schön tanken und so. Und dann geht es heim und dann kommt die Fliegeraktion oder ein Militärspot vor der Fliegeraktion. So ganz grob der Ablauf. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Und Bömble da hat aber kein Problem, wenn er ein bisschen unterwegs ist. Jetzt pass auf, für uns noch mal ganz kurz. Wir haben auf jeden Fall die zwei Kisten dabei. Die ist leer, da kriegen wir Loot rein. Hier haben wir unsere Gesundheitssachen. Regenkittel packe ich jetzt mal mit hier rein. Dann ist ihm nicht so schnell warm. Ich habe auf jeden Fall unsere MP5 dabei. Ich habe unsere Handfeuerwaffe hier mit dabei. Ich habe zwei komplett volle Magazine plus das, wo es drin ist in der Waffe. Da ist leider nicht ganz die Muni, hat nicht ganz gereicht. Ich konnte ein bisschen was herstellen. Aber wir haben insgesamt drei volle Magazine für die Hangars. Und für diese hier haben wir praktisch zwei volle Magazine. Ein Stück Käse hat er dabei. Den lege ich jetzt mal hier mit rüber. Und ich will halt unterwegs auch ein bisschen looten gehen. Ich will einen ganz schönen Ausflug machen und nicht einfach nur Spot, Spot, Spot. So, dass wir schön gemütlich unterwegs sind. Ansonsten, für das Motorrad haben wir gekauft zwei Reifen. Zum Aufbocken, zum Reparieren. Für das Flugzeug Sprit und das Reparatur-Kit. Das heißt, wir werden jetzt aufbrechen. Ich glaube, das müsste es soweit gewesen sein. Fangen wir doch einfach mal damit an, dass wir tanken gehen. Hier lassen wir natürlich auf. Kann ja niemand kommen. Und ich nehme dann mal an, dass wir heute wahrscheinlich jetzt gemütlich das Gebäude looten. Später fahren wir dann rüber Richtung Motorrad. Dann könnten wir es uns morgen aufbauen. Aber es kann auch sein, dass ich in der Siedlung, wo es Motorrad steht, noch mal eine kleine Lutrunde mache. Gerade hinsichtlich der Tatsache, was wir in Garagensort gefunden haben. Wir brauchen immer noch den Gaskübel. So Leute, ich muss kurz niesen und das verkneife ich uns heute. Wir sehen uns gleich bei der Tanke. Also, dass wir jetzt noch nach Kochbüchern schauen, finde ich schon super interessant. Weil du gibst so viele Rezepte und auch gerade mit dem Topf. Ich habe halt Bock, mehr zu machen wie nur einen Tee. Deswegen fahren wir da jetzt heute nochmal hin. Ist ja auch nicht weit weg, liegt auf dem Weg sogar. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Baseballschläger habe ich. Ich habe einen Bogen. Wir haben zwei Schusswaffen dabei. Mittlerweile haben wir ein Auto. Wir haben leere Kisten. Also, jetzt sind wir auf dem Weg zu einem Spot, an dem wir schon mal waren. Wie man es eigentlich halt so macht. Damals bin ich ja, wie gesagt, hauptsächlich wegen den Autos. Das Zelt, weißt du. Aber ihr wart ja dabei. Wem erzähle ich das? Hinweise kamen ja von euch bezüglich der Kochbücher. Deswegen bin ich super gespannt. So, schauen wir mal. Ich weiß nicht genau. Da hinten hopft er rum, gell? Das schaffe ich aber. Da bin ich weg, bevor der kommt. Der Lächler hockt irgendwo im Gebüsch. Und der Triggerer-Zombie, der kommt da gerade. Der kommt da gerade angeschossen. Okay, heute waren sie mal vor mir da, ne? Also ist es nicht jedes Mal so, dass man Glück haben kann oder muss. So, Reiseroute, Tipps und Hinweise und kleine Notizen habe ich mir wieder gemacht, dass wir uns nicht so oft verfahren. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich trotzdem gucken. Ich würde sagen, wir fahren die Hauptstraße und fahren dann hinten gerade die Dings hoch. Jetzt weiß ich nur noch mehr hundertprozentig. Ich habe die Infos nochmal rausgesucht, aber nicht komplett. Ich meine, dass das Hauptgebäude von dieser Psychiatrie oder von diesem Krankenhauskomplex das Richtige ist. Und da könnte es eventuell eine Bibliothek geben. Oder ich bin mir nicht sicher, aber hatten wir nicht damals in den Bürogebäuden ganz, ganz viele Bücher gefunden. Ist das nicht herrlich? Guck dir das an. Wir haben Kohle, wir können tanken, wir haben Ziele. Und wir werden jetzt diesen Trip einfach wegen Motorrad, finde ich total gut, freue ich mich auch drauf. Es macht ja auch unheimlich Spaß, mit dem Motorrad zu heizen. Bambi. Das hat er selber eingeschlagen gerade. Aber tatsächlich, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie ich da hochgefahren komme. Mir sind ja damals die Wendel-Geschichte da hochgeschlappert. Jetzt gucken wir uns das an. Ich glaube Hauptgebäude haben viele gesagt. Oder zumindest das größere, der größere Komplex da oben. Jetzt gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ich würde sagen, hier oben. Mir gefällt auch das Auto gerade ganz gut. Wobei, das pinke hat mir auch gefallen. Das passt irgendwie so zum Bambi, so ein bisschen ab von allem, weißt du. Kann auch sein, dass wir hier in diesem Gebäude schon die Sachen finden. Aber wie gesagt, jetzt heizen wir mal hoch. Wir haben Zeit. Also ich habe mir jetzt auch für diesen Trip Zeit genommen. Wir werden auch viel gemeinsam machen, nicht so viel schnibbeln. Dann passt das auch schön mit dem Real Life zusammen. Ich fahre jetzt einfach ganz hoch. Zur Not können wir ja immer noch hier unten dann gucken. Ich weiß nur nicht, wo man hochkommt. Ich fahre jetzt mal hier rein. Ich nehme an, dass ich da hinten durchkomme. Wenn da jetzt noch Zombies kommen, muss ich halt... Ich glaube, das ist nicht... Alter, der Spiegel wäre aber weg gewesen, großer. Ja, da kann man auch anders fahren. Ja, der ist schon der Erste. Der wird jetzt mit hochkommen, denke ich mal. Ja, jetzt siehste, ich erinnere mich, hier sind wir rumgeheizt. Ich weiß nicht, ob wir hier lang können. Ich fahre einfach mal. Wir waren auch, glaube ich, oben, aber nie wirklich drinnen. Und vor allem nicht lange, ne? Ich bin mal gespannt, ob da Zombies reingepackt sind ins Gelände. Ja, hier war das. Hier sind wir rumgelaufen. Da habe ich noch davon geträumt, wie schnell das doch gehen muss, dass ich gleich ein Auto habe. Ja, komm, wir fahren da jetzt gemütlich hoch. Scheiß drauf. Dann fahren wir morgen rüber, weißt du? Dann machen wir in der Siedlung morgen das Motorrad klar. Dann werden wir da nochmal ganz, ganz gemütlich looten gehen. Weißt du was? Ich parke jetzt hier. Und zwar genau mittendrin. Ich habe nochmal ein bisschen Munition hergestellt, 9 Millimeter. Bis mal aufgefallen ist, dass wir viel zu wenig Bleiplatten auch haben. Da müssen wir auch nochmal los irgendwann. So, mein Diggerle, dein Regenkit lassen wir auch. Ein anderes Keppler hat er mal an. Hier, das ist für mich, das da hinten ist das Hauptgebäude. Rucksack ist leer. Gut, ein bisschen was zum Trinken hätte ich ihm geben können. Aber da sind ja Brunnen. Vielleicht kriegen wir da was. Ich gucke mal kurz, ob der Brunnen hier aktiv ist. Nee. Aha. Mein Kumpel. Oh, das sind gleich zwei. Oder mehr als zwei. Jetzt können wir gleich den Bogen testen. Die sind so schnell unterwegs. Was ist mit denen? Ich weiß leider nicht, wo der andere... Die laufen dann auch an dir vorbei. Das ist aus der Surreal irgendwie gemacht. Gerade alles. Ich will schon mal mit dem Bogen halt auch gucken, ob ich zurechtkomme hier draußen. Hier ist einer. War der hässlicher als die anderen? Oder ist das nur, weil ich so gut sehe jetzt mit dem Bogen? Ja, aber bis jetzt jedes Ding ein Treffer, ne? Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich getroffen habe. Kann das sein, dass er mich nicht sieht? Leute, ich habe das Gefühl, das war jetzt jeder Zombie ein Treffer. Ich habe nur mehr Pfeile gebraucht, offensichtlich. Guck mal, hier ist wieder dieser Effekt, wo ich letztens gesagt habe. Obwohl ich das Ding ausgeschalten habe, ne? Okay, aber wo ist denn... Das sieht komisch aus, gell? Den anderen sehe ich gerade nicht, den ich noch erwischt hatte. Ich will halt nicht dauernd Pfeile machen müssen, ne? Gut, der war gepanzert, der braucht halt. Aber ob wir sie am Auto rumgelungen sind, ne? Ich muss mich nur dran gewöhnen. Ja, das habe ich schon mal gehabt. Jetzt sind wir nicht außen einloggen, ist das wieder weg. Ich muss mich jetzt nur dran gewöhnen, dass ich, ähm... Alter, es ist gerade wüscht. Ich glaube, ich logge mal frisch ein und aus, Leute. Der Bogen hat eine andere Reichweite und beim Zielen zoomen da. Deswegen habe ich den jetzt nicht gleich wiedergefunden, muss ich mich erst dran gewöhnen, das wollte ich sagen. Guck mal, wir locken kurz außen ein, oder? Wir gucken mal, wie es im Gebäude ist. Aber ich will jetzt nicht raus aus dem Spiel und wieder rein, dann spawnt wahrscheinlich alles frisch. Aber diesen Effekt habe ich letztens gemeint, ne? Äh. Hallo? Ja, komm, wenn die Straße schon so hässlich ist, passen wir da doch zusammen, ihr zwei. Jetzt haben wir mal geschwindet. Wie, der rennt, wenn er nicht viel Gewicht dabei hat, ne? So, ich weiß natürlich nicht, in welchem Gebäude. Es kann jetzt in jedem sein. Ich würde sagen, wir gehen hier los. Aber hier ist die Tür raus. Natürlich scheiße. Aber wenn ihr sagt... Ich erinnere mich, dass welche gesagt haben, es gibt eine Bücherei. Es gibt auch eine Schule, glaube ich. Death. Nee, ich glaube nicht, dass es dieses Gebäude ist. Hey, Böble. Aktivkohle, ne? Ja, wir können ja trotzdem hier und da ein bisschen reinlinsen. Bäm, wie es sich schon mal gelohnt hat, einfach geschwindet hier reinzugucken, ne? Ja, klar, ich hält das Krankenhaus. Deswegen sind wir ja damals sogar hier hin, ne? Guck mal, vielleicht kann es dann Kaffee ziehen. Wir müssen, glaube ich, ins Hauptgebäude. Aber das machen wir jetzt auch gleich. Ach, ewig keine mehr gefunden. Nehme ich mir mit. Gerade, wenn ich die Lumpen sauber machen möchte. Oh, schön, da füllen wir uns jetzt einen Rucksack auf. Aber wie gesagt, Ziel ist die Kochbücher. Wir müssen mal gucken, wo die sind. Und wie viele Zombies jetzt hier gleich noch spawnen werden. Drüben. Der Komplex wird es sein, oder? Drüben ist einer. Da ich ja Bogenschießen noch ein bisschen mehr üben muss. Ist halt schon geil, wie der zoomt, ne? Guck mal. Ich finde auch geil, dass er einen Knockback hat. Da kannst du einfach der zweite Schuss, weißt du, so einen Knockback beim zweiten Schuss hast du immer die Möglichkeit, nochmal kurz zu justieren. Ist alles nicht so schnell. Ich lasse das jetzt mit dem Einloggen. Morgen ist es weg. Das schwarze Rand, ich nehme an, im Gebäude ist gleich angenehm. So. Ja, also wie gesagt, Medizin haben wir ja im Moment halbwegs ausreichend. Wir müssen uns jetzt hier die Taschen nicht mit Medizin füllen, aber wenn jetzt hier wirklich gleich eine Bibliothek drin ist und wir mal die Taschen voller Kochbücher haben, ich nehme aber nicht doppelte mit, ne? Wir müssen erst mal gucken, ob das da drin wirklich so ist. Ich war ja noch nicht drin, ne? Diagnostik Reception Die Frage ist Das ist ja in Szene gesetzt, Hammer. Ja gut, äh Wir gehen auf dem Rückweg Machen wir die ganzen Gebäudedinger hier unten Alter, wie das Blitz Pöbbler, trink mal was Ist leer Wards, Emergency, Psycho Gehen wir hoch Ganz im Wasser Ey, wir sind ja doch geile Stimmung aber gerade Oh Wenn du es dann doch nicht erwartest, ne? Aber so stelle ich es mir halt schon vor, weißt du? Dass in diesen Gebäuden halt doch auch welche da sind Alter, wie gut ist denn der Innenhof hier? Guck mal So ist okay, wenn dann ab und zu auch mal einer rausspringt Das finde ich dann vollkommen Hier sind so Buchregale Ich glaube, wir haben es schon, Leute Jetzt bin ich gespannt Okay, das ist ja für Muni Das sind aber Ist immer ein Dings Ein Regal ist ein Buchregal, ne? Hier Rice Können wir schon mal was mit Rice kochen? Wie gesagt, doppelte Bücher brauchen wir nicht, ne? Auch wenn man die vielleicht verkaufen kann Okay, es scheint hier die Abteilung für Reiskocherei zu sein Barbecue haben wir zwar schon Aber ich nehme es einfach mal mit, um die Übersicht hier zu wahren Okay, hier Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das das Einzige ist hier, ne? Muss ja wahrscheinlich auch öfter hin, um alle Bücher mal zu kriegen, ne? Casserole Und schon haben wir zwei neue Kochbücher, Leute Die wir vorher nicht hatten Aber Reis scheinen sie unbedingt unter den Mann bringen zu wollen Cakebook haben wir, glaube ich, auch, weil ich nehme es mal mit Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt halt, ne? Da war nochmal Reis Das sind die leeren Kannst du eigene Kochbücher schreiben Cake Ja, dann gehen wir jetzt zur Not einfach nach unten Ein bisschen mehr Medizin einpacken Und ich glaube, das schadet uns nicht Stu Cockbook Vielleicht gucken wir nachher mal im Auto Fahren wir hier raus Und gucken mal durch Entschuldigung Stu ist doch, was wir gesucht haben, ne? Ich habe doch gesagt, ich würde mal Süpple machen Okay Hier ist nichts Das Flackern ist abartig Ähm Der hat beim Blech hat das gegönnt, was zum Trinken Da vorne sind ja noch mehr Buchdinger Okay, da ist dann schon einiges auf dem Stock, ne? Hier Soup Jo, allele Wir können ja mal Folgendes machen Wir können ja mal später Ähm Wir können uns ja mal austauschen in den Kommis Welches mir noch fehlt Soup habe ich jetzt schon zweimal, ne? Ihr wisst ja ungefähr, welche ich daheim habe Das waren ja nicht allzu viele Und ich nehme an, dass wir hier gerade auch alle nochmal finden Damit wir so mal ein bisschen eine Übersicht haben Was wir noch bräuchten Also einfach Gas geben, wenn ihr seht Hey, dir fehlen noch dieses und dieses Drinks haben wir auch schon daheim Ich nehme es trotzdem nochmal mit Dass wir jetzt einmal alle zusammen haben Kalium nehme ich mal mit Pyjama-Hose Vielleicht für daheim, wenn wir mal am Gärtnern sind wieder Die nehme ich nicht alle mit, ne? Ich bin gerade ziemlich happy Wie gut die Ausbeute ist an Büchern Bargeld Nehmen wir mal das Täschle mit Kann man im Auto liegen lassen Ich habe ja eine Bauchtasche sozusagen Aber halt die schottische Mit der komme ich zurecht Hier, wenn du mal Bücher brauchst, leere Oh, Alter, lässt er viel, guck mal Vor allem erwartet man im Krankenhaus eigentlich eher medizinische Bücher, ne? Ja, aber das brauchst du jetzt nicht alles rausholen, Digga Ja, ist nochmal super Ich glaube sogar fast, vom Gefühl her würde ich sagen, wir haben alle Aber jetzt bin ich halt da Jetzt gehe ich kurz durch Vielleicht gibt es ja auch eins, das ein bisschen seltener ist, ne? Den brauchst du nicht Habe ich Dietriche dabei Und Schraubendreher Für den Fall, dass wir irgendwo Schränke aufmachen müssen Ich meine, ich habe welche Angedacht Kann aber sein, dass ich sie liegen gelassen habe Vielleicht fahre ich einfach nochmal kurz heim Und besorge das Improvisiert Und wir treffen uns morgen trotzdem da, wo wir jetzt weitergemacht hätten, weißt du? So, ich gehe die einfach kurz durch Wenn ich was sehe, gucke ich kurz drauf, welches das ist Weil ich die Symbole noch nicht alle auswendig kenne und ich würde unten gerne noch ein bisschen Medizin mitnehmen Hier das Barbecue Nee, Drinks, aber Drinks haben wir Stew haben wir auch Pizza haben wir auch schon daheim, aber ich nehme das trotzdem mal mit Wo war denn dieses Stew-Koch-Buch jetzt? Hier Tu mir mal einen Gefallen Leg das mal kurz raus Der hat jetzt gerade alles, weil es auch da drüben liegt Das sind die Reisrezepte, Leute Kuchen Suppen Pizza Cakes Reis Stews Eintöpfe Bohnen Fisch Paprika Guck mal Zwiebeln haben wir sogar angepflanzt Ey Leute, das ist ja mal richtig geil Eieiei, es sind ja Millionen Rezepte Gefühlt eine Million Sehr, sehr geil Das mag ich, ist eine schöne Erweiterung fürs Spiel Halt, das weiß ich nicht sicher, ob wir das haben Doch, Hammer, Barbecue war das Das war Stew oder Pizza Ja, wisst ihr, ich glaube, wir haben alle Aber da könnt ihr mich gerne korrigieren Schreibt da rein, wenn noch eins fehlt, wenn ihr was wisst Dann kann ich ja darauf achten, wenn wir so wieder unterwegs sind Aber jetzt haben wir mehr Rezepte, als ich jemals kochen werde Ich glaube, das reicht sogar schon fast Dann gehen wir jetzt runter und schauen ein bisschen nach Medizin noch Und dann haben wir heute eine gute Folge mit vor allem Wichtigen Dingen für uns Guck mal, hier sind auch noch Okay, nicht wirklich Die sind alle leer Hinten ist auf Geil, das Gebäude ist riesig, ne? Das hier ist ein bisschen Verschickt gerade alles Aber hier kommen wir raus Oder runter zumindest schon mal So, Leute Great Hall Brauchen wir jetzt im Moment nicht Jetzt gucken wir noch ein bisschen nach Medizin Antibiotika vor allem, ne? Ist wichtig Damit bräuchten wir eigentlich gar keinen Stress mehr machen Wegen den Infektionen So viel Antibiotika dann hast genug Haust du dir einfach die Antibiotika rein, ne? Schmerztabellen brauchen wir eigentlich im Moment auch nicht wirklich Jetzt nehme ich das mal mit Ich kann es ja dann daheim ausladen, wenn ich nochmal kurz heimfahre Die Triche hol, ne? Druckverband, sowas wäre jetzt halt wichtig Einfach ein paar sterile Verbände schon mal Die wir dann rausholen können aus der Verpackung da Weißt du, diese grünen dicken Päckchen hätte ich gerne Tabletten lasse ich jetzt mal Finger weg Auch wenn man sie vielleicht verkaufen könnte Hier zum Beispiel Ich glaube, das ist nicht schlecht Ah, noch ein großes Arztzimmer Und dann würde ich gerne noch ein bisschen Bogen schießen Wo ist der? Okay, hier komme ich nicht raus Ich überlege gerade, ob ich uns daheim Wir haben da so viele Pfeilspitzen schon gebaut Ob ich uns daheim nicht noch einen Köcher voll gute Pfeile mache Für den Flugplatz morgen Oder wann kommt man da hin? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr Morgen ist das mal Motorrad aufgebaut Ein Zombie Turnt draußen rum Hier ist ein Druckverband Hier, die da habe ich gemeint Ne? Oder? Take-Out-Notverband, genau Eine Gehhilfe Nicht zu verwechseln mit einem Gehhilfen Die kannst du auf jeden Fall Da hast du immer Mangel, Digga Immer Wenn du mit mir unterwegs bist Hast du immer Vitaminmangel Schere brauche ich gerade im Moment nicht Wo ist der? Ah Aber hier kommt er nicht durch, ne? Da können da eventuell Komm, wir probieren das mal Okay, auf die Distanz ist das kein Problem Ich finde es total gut mit dem Bogen Auch wenn sich das Also der alte Bogen Hat sich für mich Mehr nach einem Bogen angefühlt In der Form Dass beim Abschießen Hast du ein besseres Feeling gehabt Der hier ist so ein bisschen Wie Spielzeug Hört sich das an Aber er macht was er soll Hier ist jetzt ein bisschen Wasser drin Ich sehe gerade, dass die Anzeige schon rot ist Wenn er halt nicht so viel trinkt Geht er nicht so oft aufs Klo Leute, ich bin schon ziemlich happy Über die Runde jetzt hier Aufwach aus der Tatsache raus Dass wir jetzt echt super viele Kochbücher gefunden haben Und freue mich schon da Ein bisschen was davon weg zu kochen Ich nehme jetzt nur noch Verbände mit ein paar Also das alles andere lasse ich jetzt drin Weil wir haben auch daheim noch super Tabletten Und dieses Ding nehme ich natürlich mit Ich glaube Ist das so eine Manschette, wo Blut stillt? Wenn der Blut ist Müssen wir mal probieren Wenn es mich wieder erwischt Ich gehe fast davon aus Da kommen wir nochmal dazu Gut, das Antibiotika liegen lassen Wäre jetzt echt doof Auf der anderen Seite Ich habe jetzt wirklich mehr Als ich jemals zu mir nehme Dann guck mal, wie viel Zeug es sich hier auch gibt So ist der Spot ergiebig Nicht so wie ich es damals halt gemacht habe Ihr wart ja dabei Alles liegen Das ist das, was mich momentan halt Einfach so ein bisschen abtörend Tatsächlich Dieses Plötzliche, weißt du Ich bin eher so der Typ Gebäude Von mir aus 100 Zombies drin Clear ist dann clear und fertig Das ist das, was ich so präferiere Druckverband nehme ich mit Ich meine, wenn du es dann so wie gerade eben siehst Kommst du ja noch damit zurecht Aber ich bin so in Gedanken oft Erschrecke ich ständig nur So, ich glaube, wir gehen raus Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir rauskommen Und vor allem, wo dann das Auto ist Wollen wir noch ein paar Bleiplatten suchen? Vielleicht kann ich daheim nochmal ein bisschen Muni herstellen Dann könnte man Hangar mehr machen Vielleicht auf dem Flugfeld, weißt du? Oder ich gehe beim Händler kaufen Aber ich habe irgendwie keine so Böcke Hier zufällig gucke Dann nehme ich jetzt hier auch noch ein bisschen was mit Ja, komm, haben wir gerade hier die Böcke noch Wenn dann die Magazine alle voll sind, dann ist das schon mal geiler Und dann sehen wir ja erstmal, wie das überhaupt dann mit den Hangars funktioniert Hier, das muss ich mitnehmen Die brauchen wir nämlich auch für Muni Ich würde tatsächlich kurz das Auto suchen, ausladen Und dann machen wir hier noch die Böcke klar Wo haben mich das Böckle abgestellt, Leute? Gott, ist der Bömble fit mittlerweile? Ich habe mir die Himmelsrichtung nicht so gemerkt, ne? Aber hier sieht es aus, als hätte ich aufgemacht Ach Gott, das Auto steht ja da unten, ne? Ich glaube, nordwestlich war es Bömble Aber ja, hier in dem Brunnen getestet Und dann da hinten durch Guck mal, die Energie reicht halt auch ewig Der ist, glaube ich, im Gebäude Hier ist der Brunnen Hä? Das wird mir nie anders gehen Hier habe ich ja, da vorne steht es Ich habe vor allem jetzt die ganze Zeit Nach dem rosanen Auto gesucht Mir ist gerade wieder aufgefallen Wir haben es ja umlackiert Hör doch, machen wir jetzt hier die Autos noch kurz klar Hier sieht es aus, als wäre der Parkplatzfisch angelegt Aber in Wirklichkeit ist es ein Grafikfehler gerade, ne? Das dürfte Ich muss halt hinhören Die kommen ins kleine Täschchen Ey, es ist geil, dass wir jetzt so viel Zeugs haben Jetzt pass auf, ich mache gerade mal so ein bisschen die Hälfte leer Und dann sammeln wir noch ein bisschen Metallschrott Und dann Blei Na ist gut Ja gut, wir haben ja eine Medizinkiste daheim Da haue ich das dann alles schön rein Weißt du, was mache ich jetzt? Ich habe die Schraubendreher vergessen Und wir brauchen welche Dann sehen wir uns morgen trotzdem mehr oder weniger hier Fahren rüber, richten das Motorrad her Und dann gehen wir mit dem Motorrad erstmal los Und ich mache jetzt zwischendrin einfach nochmal ganz kurz ausladen Hier nehme ich natürlich mit Nehme die Schraubendreher mit, die wir dann brauchen Und dann passt es So, warte mal, also die nehme ich mit Schießpulver lasse ich auch nicht liegen Die Batterien Ja, die kannst du lassen Die Batterien bringen dir, glaube ich Also ich habe zumindest eine zerlegt Für das bisschen Muni, was ich gebaut habe Und die haben mir gebracht So eine 20er Bleiplatte 20er Aufladung Bei den Dingern ist nicht immer Dings Blei drin So, den machen wir noch Den da hinten machen wir noch Oh, da bist du schon Meine Bleiplatte froh halt Schöne Runde war es Bist du ein Bofist? Du bist bestimmt ein Bofist Aber wir haben über den Bofist auch schon einiges gelernt Er ist nicht mehr so verträglich wie früher Feuerstahl Habe ich noch nie gesehen im Spiel Dieses Ding, wo ich da Wo man diesen Feuerbohrer Den habe ich gesehen Guck mal, hier ist sogar eine Werkstatt Hier Hier Okay, das war es dann mit Autos ausräumen Dann lieber hier Zwar nicht in jeder Äh, aber jetzt hat sich schon gelohnt Jetzt kriege ich auf jeden Fall Nochmal die zwei Magazine gefüllt Die noch offen sind Schön freue ich mich Also geht es morgen für uns weiter An der Stelle, an der ich es euch gezeigt habe Jetzt gehen wir aber noch in das Gebäude Hier links kurz drüber Hallo Was hast du denn du da drin verloren gehabt, Digga? Okay, hier ist jetzt eher wieder Medizinisches Ich hätte ihm so einen Kaffee gegönnt Okay Fahren wir noch kurz mit dem Auto hier raus Vielleicht haben wir unterwegs nochmal irgendwo einen kleinen Parkplatz Ich glaube nämlich schon Schöne Runde Medizinschränkler aufgefüllt Ein bisschen schießen konnten wir Uns ein bisschen einschießen Getankt haben wir Alles cool Alles cool Macht sauber die Laune Gerade schon wieder unterwegs zu sein Und ich mache uns jetzt nochmal ein bisschen Muni Schnappe die Schraubendreher Und die Dietriche Und dann geht es morgen Motorrad aufbauen Da freue ich mich ganz, ganz arg drauf Das ist ja dann so ein bisschen Den Traum dann doch noch erfüllt am Ende Ja, den kannst du ja kurz Nee, machst du nicht mit Ich glaube unten war noch eine Werkstatt Ich gucke mal, ob ich hier rauskomme Jetzt geschwinde Schön Erster Tag Hat sich schon mal gelohnt, dass wir unterwegs waren Und wenn wir zurück sind, Leute Dann probieren wir ein paar von den Rezepten Ich hoffe natürlich Wenn wir diese Garagen morgen noch mitmachen in der Siedlung Bevor wir dann mit dem Motorrad abhauen Wäre echt geil Wenn man da so eine Gaskanistergeschichte noch findet oder so So, glaube ich hier Das war noch eine Werkstatt Dreh aber schon mal den Bock rum Der ist da Was ich nicht so verstehe Bei dem Schrei Ah doch, sind zwei jetzt Weil manchmal hört es sich an Als ob irgendwie 50 Zombies sind Und dann kommt der eine ums Eck Könnte sein, dass noch ein Dritter irgendwo rumhüpft Jetzt haben wir aber ein paar Wegmacht Heute die ganze Zeit haben wir Ruhe gehabt Jetzt sind plötzlich wieder einen Haufen unterwegs Ja, hier ist nochmal eine Werkstatt Vielleicht finde ich hier nochmal ein, zwei Bleiplatten Das wäre cool Keine Papier brauche ich nicht Seil nehme ich natürlich mit Nägel haben wir eine Nagelkiste Nein, brauchen wir nicht unbedingt Ganz normales Loot-Ründle, wie sie es gehört Und ich war trotzdem noch grob Da gibt es so viele Schränke Also du kannst hier schon Aber irgendwann hast du ja auch mal alles Was du brauchst Nö, das war für mich jetzt Was ich sehen wollte Das reicht Vielleicht hier noch Vielleicht hat andere eine Bleiplatte wegschmissen Ich habe dich schon gehört Ich würde nochmal gerne Ich würde nochmal gerne das mit dem Bogen probieren Weißt du, mit dem Kicker Da will ich noch kurz reingucken In der Ego-Perspektive ist das alles super schnell Wenn du da einen guten Skill hast Hast du bestimmt einen Haufen Laune Jetzt will ich Oh, Alter War das der letzte Schnaufer von ihr? Nee, die brauchst du nicht unbedingt Auch wenn es jetzt 200-300 bringt Ich würde hauptsächlich nach Bleiplatten jetzt gucken Oh, gut Kann man nur hoffen, dass jetzt Dünger, Leute Fürs Hanfle Ja, also Was willst du mehr? Komm, wir hauen ab hier Leute, schönes Ründle Ich freue mich schon auf die zweite Morgen Lassen wir kurz gucken Danke fürs Zumachen Herzlichen Dank Herzlichen Dank Bist der Beste Bist der Beste Jetzt hauen wir ab hier Wie gut Komm, wir lassen uns noch rausfahren Dann wissen wir, dass der Böbel in Sicherheit ist Ja, wenn wir jetzt ohne Schraubendreher Auf der anderen Seite, ganz ehrlich Wir gehen in den Hangar rein Wir machen das so wie beim ersten Bunker Wir gehen einfach in den Hangar rein, Leute Ich habe keinen Bock mehr zurückzufahren jetzt Ich bitte um Verständnis Ich bitte um Verständnis So, lass mich kurz gucken Ich fahre jetzt hier hin mit euch noch an die Brücke Und vor der Brücke stellen wir das Auto gemeinsam Haben, dann gehen wir rüber in die nächste Folge Morgen gibt es dann, wie gesagt Motorradaufbau Plus gemütliche Garagen Und Werkstattlootrunde Im Dörfchen In der Hoffnung Wir finden noch ein bisschen Küchenutensilien Und dann gibt es Die erste längere Motorradfahrt übermorgen Vielleicht fehlt hier auch was Vielleicht muss ich ja doch nochmal heim Wir bauen uns erstmal auf morgen Ich bin gespannt, ob ich alles habe So, hier Hier macht der Böbel kurz den Rast Willst du jetzt schon drüber fahren über die Brücke? Ja, dann fahr drüber Ja, ich habe jetzt keinen Bock heimzufahren Und sowas Jetzt sind wir schon unterwegs So, bis morgen, Leute Die Brücke